So Leute, willkommen in einem Video von uns. Heute wird es lustig. Es geht um jeden Gramm, es geht um Ventilatoren, nein. Es geht hier um diese Digitalwaage. So, sagen wir jetzt nochmal, was passiert mit dem Verlierer? Er wird nass gemacht. Womit? Spannend. Das ist der, der verliert, sich einfach hinstellen muss. Wir haben hinten Wasserstrahl. Ich schwöre es dir. Nein, Wanda. Der wird aber Wasserstrahl für eine Minute nass gespritzt. Ich schwöre es dir. Aber das ist die Beschreibung. Doch, safe. Wirst du gleich sehen. Wenn du verlierst, dann muss man sein. Wasser. Nochmal der Tisch. Das heißt, was war das dann? Was ist das? Das sind einfach Kleinigkeiten aus dem Alltag. Keine Alltagsgegenstände. Man kennt übrigens, ganz am Anfang nochmal zu sagen, dass es eine Gummiwaffe ist. Das ist eine Gummiwaffe, Freunde. Das heißt, kein Grund zur Erregung von irgendjemandem. Keiner soll irgendwie jemanden anscheißen. Das ist eine Gummiwaffe. Das ist von Toys R Us. Hier ist eine Unterhause im Pokal. Ja, diese Gegenstände werden wir wiegen gegenseitig. In diesem Sinne bleibt dran und liked dieses Video, macht ein Däumchen, Träumchen. Ihr kennt das. Und schreibt in die Kommentare, dass Jonas schöner ist als ich. Und schreibt auch in die Kommentare, welche Videos ihr als nächstes sehen wollt. Genau, das war es eigentlich. Manager, musst du noch was anderes sagen? Nö, du passt. Danke. Gut, alles klar, mein Freund. Ihr wisst Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und liked dieses Video. Wenn ihr dieses Video noch nicht geliked habt, liked dieses Video. Was sollen sie machen? Er hat schon zweieinhalb Stunden trainiert heute. Deswegen fühlt er sich so müde und schwach. Das, was er gemacht hat, machen wir tagtäglich. Aber gut, Freunde. Like dieses Video. Wasser. Okay, Jungs. Ja, Regel ist, wir sehen das Gegenstand. Wir müssen dieses Gegenstand. Warte, diesen, wie ist das? Deutsch-Sprache, Spiele-Sprache, nicht scheißegal. Wir müssen wissen, was dieser Stift... Ich habe ein YouTube-Video drehen. Ich rufe dich später an. Ich bin jetzt ein Influencer geworden. 3, 2, 1, Stegerei. So, wir wegen diesen Stift gleich. Wir müssen aber erst mal raten. Okay, ich schreibe die Zahl auf einfach und nenne ich alles in Gramm. Okay. 3, 2, 1, Stegerei. Okay. Zeig. 3, 2, 1, Stegerei. Ich habe fünf. Er hat auch fünf. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ob ihr richtig liegt, sieht ihr, wenn das Licht angeht, meine Freunde. So. So. Um zu warten. Okay, er kennt sich aus. Er ist Profi. Filmst du? Ja. Habo! Du Heuchler, Alter. Junge, wer wusste, dass das Ding zehn Gramm wiegt? Aber direkt zehn. Wow. Komm, hol das zweite Ding. Komm Jonas, hol das zweite Ding, du mein Freund. Bitte zeig noch mal, dass sie aus Plastik ist. Irgendwie hau mal gegen deinen Kopf. Komm, und ihr habt einen richtigen Abzug, Dika. Du weißt, mich nicht folgt. Du weißt, mich nicht folgt. Du weißt, mich nicht folgt. Du kriegst die Idee für, hm, ich mach dir eins, zwei, Dika. Was kriegst du so auf mein Handy? Ja. Du weißt, was gut dabei ist jetzt. Ja, ich weiß. Okay, ich hab. Drei, zwei, eins. So, ich sollte vielleicht mal sein. Zeig her, bloß. Ich hab jetzt immer das gleiche, das was ich vorher hatte. 100, 200. 400? Ja. Das Schuss war schwerer als das, glaub ich. Hä? Das war gut. Also, du verändern das nicht, ja? Nimm mal in beide Hände. Nimm mal in beide Hände. Das ist Schluss. Leg mal jetzt rauf. Leg mal rauf. Dann leg rauf. Weitere Auslocke. Geh, mach, geh, mach. Ja. Ja. Ja, okay, leg mal rauf. Leg rauf, Dika, ich bin jetzt auch sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Ah, ***. 969. Warte. Aber er kriegt den Punkt, ne? Ja, weil ich bin ja dran. Du hast ja 350. Ja. Und er hat 400. Na ja, Spaß. Bei mir sind 31, für ihm sind 29. Alter, ich glaub ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist so geil, wenn man mit den Gästen so gut rumgehen kann. Spann mal den Bauch an. Nochmal. Nochmal. Tut weh? Okay. Okay, der nächste, Alter. Passt. Steht nicht drauf. Steht nicht drauf. Ich hab geguckt, aber steh nicht drauf. Ich hab geguckt, aber steh nicht drauf. Ne? Es aus Eisen will er, dieser Opa schicken. Na guck. Ich glaub, ich werd heute verlieren, Freunde. Stellt euch mal auf ne Dusche ein. Was ist mit 20? Ich glaub, ich geh davon einfach noch mal trainieren. Und dann lohnt sich das auch, dass ich da nass werde. 19. Ja. Oh scheiße. Verdammte Scheiße. Kann er auch nicht rechnen? Nein. Oh Mensch. Ja wenigstens eines sagen wir richtig, ne? Ja. Ich hab mich auf jeden Fall bei Jonas in der Zeit ein wenig vertan. Okay. So. Nächster Gegenstand. Ein Waldmesser. Ein Tool. Ein Messertool. Das ist kein Messer. Das ist einfach nur... Ein Tool. Damit kannst du Flaschen öffnen und alles andere. Flaschen öffnen und... Ich hab nie einen Flaschenöffner dabei. Ich hab nie einen Flaschenöffner dabei. Ich bin meine eigene Flasche. Okay. Okay, jetzt gucken. Ihr könnt auch mal anfassen. Achso, stimmt. Danke. Danke, dass du so tolerant bist. Bitte leid. Also, ähm. Was sagst du auch mal? Und? Was sagst du? Ich hab ja schon gar keine Ahnung. Ich sage... Du hast doch die ganze Zeit in der Hand, Mensch. So, 10 Sekunden laufen. Drei, zwei, eins. Zeigen. 40 Sekunden. Ich hab keine Ahnung. Das ist zu wenig, oder? Ich hab auch zugegeben. Ich hab ja zugegeben. Ich hab ja zugegeben. Oh fuck. Hast du dich auf 150? Ja, ja. Safe, Digga. Ich bin jetzt gespannt. Ah, falsch gedacht. Okay. Ja. Ja. Allahu akbar. Hallo. Gott sei Dank. Ein Punkt. Ein Hedepunkt. Stark. Stark, Jungs. Super, Jungs. Ihr seid dufte. So, Freunde der Sonne. Das ist gemütlich. In der nächsten Runde wegen jetzt dem Batzen von diesen netten Kollegen hier. Eigentlich ist das YouTube, Mann. Das ist YouTube, Manni. Mann, das ist jetzt nichts. 200 Klicks. Mann, das ist nichts. Das ist eine Tankfüllung von mir heute. Autofahrer, die in diesen Tagen tanken, müssen tief in die Tasche greifen. Denn das Benzin wird immer teurer. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Okay, wie viel sind's? Das sind 10 Scheine. 10. Danke. Das ist scheiße. Das ist scheiße, Digga. Was ist los? Das ist, glaube ich... Oh, das ist... Stopp. Stopp. Warte. Okay. Ah! Ich hab auch. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 25. Tante연? 30. 42. 32. 32. 32. 33. 32. Komm in das Team und gewinn dieses Geld! Ich bin reich und ich scheiß auf alles! Der nächste Gegenstand oder die nächsten Gegenstände sind diese 10 Zuckerwürfel. Ja, was die alle insgesamt liegen. Wenn ihr noch nicht kommentiert habt, nicht kommentiert. Kannst du das nochmal anbänden? Like dieses Video, nicht kommentiert. Das ist so. Ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Okay, schneid das raus. Ich hab's nicht gekümmt. Nö. Das ist ja nicht gut aus. Nein, ich hab's nicht mal hochgehoben. Man, brauchst du nicht? Natürlich! Nein, du musst ein oder fast oder! Ich hab's auch nicht hochgehoben. Man, du noch einfach einen Würfel, Digga. Und dann 10 mal 10. Ah, klar. Kein Ding. Okay, ich weiß. Man, was willst du da jetzt liegen? Willst du mir sagen, du weißt, ob es nur 2 sind oder? Oh mein Gott! Ja, klar, Digga. Ich muss das doch wissen. Wie viele sind das? 10 Stück. 3, 2, 1, zeigst du die Kamera. Das ist zu viel. Ich glaub, das hast du. Mann, du hast viel zu viel. Ja, scheiße. Ich bin davon ausgegangen, du hast 1, keine Ahnung. Ich glaub, das ist 2. Ich glaube, das sind bestimmt so 0,2 Poteins. Ja, perfekt wird dir das wieder hochgelegt. Ohhhh! Ohhhh! Was ist das los? Was steht da? Ohhhh! 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 Wiegt doch 1 Stück! Ohhhh! 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 Okay Jungs, schnell, bevor meine Cam ausgeht. Schnell, schnell, schnell! Ich bin jetzt gespannt! Ohhhh! 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 Ahhhh! Er wird nass gemacht! Adiwollah! Ich freu mich auf deine Dusche! 1,9! 1,9! 250 Gramm! Okay, mach dich bereit für die Dusche! Stark! Stark Jungs! Super Jungs! Du seit Dufte! Sag mal erstmal wie du dich jetzt fühlst nach dieser Niederlage mit 250 Gramm für diesen Pokal. Orlon weißt du was dieser Pokal wiegt? Blut, Schweiß und Tränen. 2 Kilo. 1,9 Kilo. Okay wie sagt man? Muss jetzt Bock auf dieses Nass werden? Oh Cam 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 Cam. Jeder der sagt, dass er darauf Lust hat, der es in der Tat liegt. Okay so. Dann mach dich schon mal bereit. Du weißt wie der Weg zu den Duschen ist. Ja normal. Aber gib mal Klamotten. Was für Klamotten? Du gehst so rein Habibi. Ja klar. Ach das ganze Zeit, das ist ja auch noch was ich in den Nass machen darf, wa? Komm Mann, komm Mann! Au! Der war schmerzhaft noch in der Klamotten. Dicker, das ist der Originalweg und ich kann auch noch, Dicker. Läuft jetzt schon, Dicker. 8 Sekunden sind schon los. Das ist ein bisschen liebweißer, Dicker. Ich dachte, ich glaube, es schwer. Das ist ein bisschen schmerzhaft. Nöw... 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 Und wieder einmal hinten. Das ist die Zeit. Ja, das ist das ein paar Sekunden. Das ist das ein paar Sekunden. Ja, das ist das ein paar Sekunden. Das ist 6 Sekunden. Ja, das ist das? Na, das ist das ein paar Sekunden. Na, wenn du das? Ich bin nass. So Freunde, wenn ihr mehr so ein Video sehen wollt, geh weg, ich hau dich. Warte, ich hau dich. Das ist gleich zu hart. Geh weg. Guck mal, was du alles nass gemacht hast. Du Hund. Jetzt wollt ihr meine Liebe nicht mehr. Hey, schau auf die Kamera. Ja Mann, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Noch drei. Lecker, lecker. Schön, Konrad. Gut, dass du gut gemacht hast. Mein Name haben wir im Pokal. So Freunde, like dieses Video, kommentiert, bleibt fleißig und schreibt wie gesagt weitere Videoideen. Konrad hat sich für uns geopfert. Wenn ihr Konrad öfter sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr ihn nicht sehen wollt. Aber er ist einfach zwei Köpfe größer als ich. Ich will hier sein. Nein. Du bist einfach hässlich. Jonas, was sagst du zu deinem knapp gewonnenen Sieg? Für die Küche. Also ich will auch, wenn man einen richten Sieg, hab ich auf jeden Fall gewonnen. Also ehrlich, bist du froh, dass du nicht nass geworden bist, Lecker? Also ich hätte keinen Bock auf der Brot gehabt. Wo ist der Kick? Digga, ich zieh mich hin. Was sag? Sag doch mal. Hä? Wie sieht du so aus, oder? Also Leute, ich muss sagen, es ist Samstag und ich habe gar keinen Bock nass zu werden. Beziehungsweise mich in die Küche zu stellen. So bin ich dann jemanden gefunden, der sich für bereit erklärt hat, bei uns im Video mitzumachen und zu gewinnen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liked dieses Video. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir sind raus für heute. Aber es war gar nicht aufgefallen, dass wir uns heute aufgesprungen haben, oder? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020